Hallo meine heutigen Leute und mit Tommys! Alles klar! Eine neue Folge Rainbow Six Siege mit Tommys! Hallo! Marvin! Und Moritz! Perfekt! Ja, heute auf Yacht! Die Stimmung ist wieder bombastisch! Man kennt ihn! Die Stimmung! Wie in der Lappung! Was? Hast du das gerade ernsthaft gesagt, Leon? Moritz? Was? Kannst du das nochmal wiederholen, was ich gesagt habe? Nein! Herzliche Grüße auch an unseren größten Fan! Der darf sich jetzt mal angesprochen gefühlt! Äh, ansprochen... Nein! Deutsches Anfliegen! Der darf sich jetzt mal angesprochen gefühlt! Boah, Mann! Ich mach die Droh zu! Droh? Nein, die Drohne! Wir spielen heute mit dem Kuckurusa zusammen! Ja! Ist ein alter Bekannter aus... Ein alter Bekannter, genau. Der alte Zuverlässige ist das. Genau, aus dem Vietnamkrieg auch. Oh, warte mal. Hatten wir hier... Wie hieß es, war nicht Bob's Funwender? Das war nicht der Funwender, das war das Quallenfischernetz. Der alte Zuverlässige. Genau, der alte Zuverlässige. Hier muss noch was hin. Da gab es einmal dieses Klappergerüst von Quallenfischern vor dem Netz. Der gute Zuverlässige... Der alte Zuverlässige. Und dann gab es noch den High-Tech. Und wo ist denn überhaupt die Drohne reingekommen? Leon? Och, verpiss dich doch. Letty, guck mal was ich hier hab. Wirf die auf mich und ich geb dir nen Headshot. Kampfansagen sind auch wieder am Start. So... Ach, Marvin ist ja Kapkan. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich muss Russen spielen. Für die Geburts... Ach nee. Okay, dann für was anderes. Ich dachte für diese... Wenn Italien ist, man den Nut bekommen kann. Das bei den Uplay herausrollen. Oh nein, ich wurde getrackt. Leon, weiter deines Amtes. Oh Gott, stopp. Wir haben jetzt... Wer ist das? Fuck. Der ist noch... Alter, Heinz Hodenkrebs heißt der halt, ey. Was ist mit dem Typen falsch? Heinz Hodenkrebs hat mich erschossen, Alter. Komplette Demütigung. Schade, Marvin. Wie er das jetzt überlebt hat, weiß ich ja auch nicht. Also eigentlich hätte der Scherben... Kein Totenkrebs ist glaube ich angeschossen, aber ich weiß es nicht. Oh, ja... Kommi, der hat dich... Der hat dich... Also ich war hinter der... Deckung, muss ich sagen. Ruhi Streu hat ihn geholt. Souverän. Ja, das war... Legit. Sooo... So, 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 so... Marvin jetzt wieder... MVP. Okay, die. Nice. Ich nahe nach. Dion spielt da im Flick. Ich fahre da! Der ist bei der Frost, der Letzte. Oh, nice. Ach, Mann, Alter, ich fackt es ab, dass wir Donnerstag einen Test schreiben. Ja, sehe ich. Engrave. Ja, wir hätten den auch letzte Woche schreiben können. Moos, stellst du am Donnerstag Musik vor? Der war gut, oder? Ja, und die Banner? Jojo. Aber ich muss gegenspielen. Gegen... Du musst gegenspielen, dann spielst du SES. Sehr gut. Weißt du, welche Operator gegen sind? Ja, die Franzosen. Achso. Aber nur eine allgemeine Frage. Was sagst du jetzt? Okay, ich predikte Casino. Tut mir leid, nur zwei, ich bringe Zweifel ab. Die sind oben. Ne, der Reinforce nur oben. Die sind Casino. Die sind Casino, I called it. Halt die Fresse. Sorry Leon, das war ja kein Flame. Ja, ja, du Kant. Alter, ich hab gestern mit... Ach genau, mit Marc und Henrik. Oho, Tomi hat auch den Assault. Äh, Kant auf Französisch übersetzt. Aha. Das heißt Le Con. Das hätt ich's dir auch sagen können. Leon und ich haben gestern den ganzen Abend lang Rocket League gespielt. Echt? Oh, Jungs. Scheiße, sieht aus. Und da sind ein paar freshe Trashtalks zustande gekommen. Aber wir haben nicht aufgenommen. Oh, das ist ja lustig gewesen. Da hätte man ein schönes Bestdorf draus schneiden können. Da hätte man echt machen können. So, Leon. Mützen du da. So, Thompson. Wo sind sie? Casino. Ne, ich meine sie. Hinter dir. What's poppin'? Sehr gut. What? What's poppin'? Doch nicht, Alter. Oh, da ist ja schon offen. Heilige Scheiße. Oh, ist schon froh. Oh Gott. Ey, der hat mir fast die Birne weggepustet. Wer? Lag da eine Vaquery-Cam drin, Moritz? Oh, auf dem Gang. Wo? Achso, ne, das ist Dings. Oh, der ist hier gleich. Oh, Gott. Tommy, da ist gerade einer die Treppe runtergesprungen. Das ist zu viel. Alter, ich habe ihn geworfen. Ja, das ist von dem Typen gewesen. Moritz, hier könnte gleich einer die Treppe lang kommen. Hoch? Oder runter? Äh, von unten nach oben. Okay. Da ist nämlich Rook. Das Rook. Boah, Alter, Heinz. So ein ganzes Rook. Der könnte da jetzt jederzeit kommen. Tommy, hast du... Ah, nee, du hast keine Nades, wa? Tommy, wir gehen hier vorne rein. Ich bait den mal. Äh, hast du noch eine Drohne? Ja. Ach, von links. Ich dachte von rechts. Ach, scheiße. Ich aim da hinten ab. Ich aim da hinten ab. Kannst du jemanden? Hä? Sehr gut. Ich war doch voll drauf. Okay, okay. Ich Drohne? Ich dachte von rechts, weil die Drohne, die kam von rechts raus. Nein. Der Vorraum ist clear. Ach, Mann. Ich deck dich hier. Der kleine Raum auch. Äh, bei den Stairs ist eine Vacary. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Der Typ aimte halt so die Ecke ab und ich schieße halt voll aus dem Kopf rauf. Aber er ist nicht gestorben. Shit happens. Ich hab mir gewählt vor. Ich hätt mein... 4 HP hab ich... 7. Cool. Die hat eine Vac... Ich wollte eine Vacary Cam hier hochschmeißen, aber hat sie nicht geschissen bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Vacary. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Ey, hast du so eine Breachwall? Ja, ja. Ja, ja. Ja, please. Droh und die Möglichkeit. Ahhhh. Ich spiel casual. Gut. Das war an der Leiter, oder? C4. Ich glaub C4. Ist da einer an der Leiter gerade gewesen bei euch irgendwo? Das hat sich so angehört. Nein. Ey, soll ich da drüben aufmachen? Na, warte. Nein! Ich frag mich, wie das Ding da 6 solche Ladungen rausschießen können. Die hättest alles abgeblockt. Die hätte... ...kannt. Die haben noch 30. Wie jetzt abgeblockt? Die hat ein C4. Die hat da ein C4 reingeschmissen und dann... 15 Sekunden remaining. Oh da... Da liegt einer mitten im Gang. Entschuldigen! Links? Lol. Da liegt einer mitten im Gang. Wie so ne Leiche. Tricon. Sehr fotze. Warte mal. Warte mal. Wir gehen nochmal. Übersetzer. So. Ja komm, heißt Fotze. So. Kant. Dreh heißt sehr. Du hast gerade... Ah, Kant heißt übrigens auch Schat. Ne. Schat ist Muschi. Schat ist Muschi. Muschi Muschi. Schat ist das Wort für Vagina. Für Pussy. Und... Muschi Pussy. Und... Muschi Muschi. Warte warte. Neon please. Schat. Schat the fuck up. Le Vagina. Le Vagina. Okay. Streuker Fierse. Bist du es auf deinem Profilbild, Lloyd? Da hat dich einer voll erkannt. Also der hat dich nicht schaut. Äh... Ja. Geiler Typ. Richtig geiler Typ, ja. Ich frag mich ja, was der Mutes denn so hier soll. Kommt keine Drohne rein. Moritz. Fresse. Ich hab einfach... Eingang gesehen. IC... Äh... Eingang. Ja, okay. Das ist eigentlich eine gute Intensi... Also... Stimmt. Da steckt was wahres hinter. Sprachen kann ich halt nicht sprechen. Deutsche Sprache spricht. Eigentlich ist das nicht leer. Okay. Okay. Es ist ja warm. Es ist warm. Wo hat... Ich hab grad eigentlich den Bohrer her. Seine Hose. Alter, wie hier vier Leute. Trifst du dich? Eine Fremse. Okay, Slash. Ey, warum guckt denn keiner dahin? Ohohoho, der ist ja richtig. Ey. Slatty, ruhig. We got it. Ne, Mann, das ist einfach... Er schlägt mit dem Hammer das auf und keiner guckt aufs Fenster. Ruhig. 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 Alter, die sind aber auch aggressive cons. Sehr gut. Marvin. Na? Oha, Tommy. Ohohohoho. Fresh, fresh. Will wir take you an area? Ja. Ah, Tommy. We trust you. We trust you. Marvin mal wieder voll am abkacken hier mit seinen 5kits. Na, ist geschissen. Links. dürften die sein, Marvin. Ja. Alter, Marvin. Hab keinen Main, würde ich sagen, oder? In der Tür ist ein Blackguard. Marvin carriert uns die Cops hier. Das war ein Ace. Gott. Get down! Alter, Marvinius, Mann! Hey! What is going on? Kapkan hat ne cool Waffe. What is going on? Hat er echt? Kann ich dir zustimmen? Ich bin nicht, ja, Satcher. Ach so, ja, ja. Der andere Duli Satcher ist in Ordnung. So, und jetzt gewinnen wir die Runde. Dann haben wir das Game gewonnen. Genau. Und dann hast du? Äh, krass. Wie die das so richtig förmlich ausspricht, so. Das war halt meine erste Kapkan-Runde seit Ewigkeiten. Ich muss halt einfach nur dreimal die Russen spielen, dass ich halt meine 150 Punkte da bekomme. Nice. Könnte man mal öfter machen. Okay, wo sind sie jetzt? Ich glaub, die sind wieder Kassel. Casino is clear. Dann sind die, ähm, Küche. Glaub ich. Kitchen, ja. Die haben aber Mute. Ja, also pass mal. Die haben noch über die Mute-Sensoren rüberspringen. Weil man im richtigen Moment abgesprungen ist. Und dann sagt er. Früher, früher. Boah. Okay, immer schön Streu ihnen nach. Oh, okay. Immer schön Slady nach. Naja, ich weiß nicht Leon? Claymo vielleicht? Äh, jeniger? Das wäre echt zügig Ich raste hier so aus bei diesem Game Ruhig Slaten, ruhig In der Ruhe liegt die Kraft Sooo, perfekt Zockert Tommy und ich hier drüben noch Marvin Die einen Mannarmee kann alleine bleiben Ok Tommy, ich mach da hinten die Luzi auf Ah, die werden wahrscheinlich Nee, geht sogar Geht sogar Pass auf, ne? Mann, Alter! Treppe, Treppe, Treppe Sonst fängt es gerade richtig in den Zugrüttern Ja, und da ist einer hinten links Ok, Tommy ist ja hier Link an die Treppe Ich hör hier Ah, ja Ah, ja Ok, ja Lol, Tommy bei mir hier Kavaira war das Nee, das... Die lag da die ganze Zeit in dem Raum drin Wie die letzte Kant Das war nicht Kavaira Hier links von dir In dem Raum Doch, das war jetzt Kavaira Kavaira hat sich dafür gerecht dass Smoke den Kill genommen hat Weil sie ihn verhören wollte Ey, der Kavaira ist hier links Oh, die Scheiße Ach, Alter Marvin, das ist Kavaira Der Kavaira rusht hier durch Warum spielst du eigentlich immer mit äh, mit Laserpointern? Äh, weil das auf der Bugwaffe Vorteil hat Auf der Bugwaffe habe ich auch einen Laserpointer drauf Hast du die DMR, Marvin? Nee Die andere? Ok Ja, da habe ich keinen Ich hab auf der DMR hab ich halt Und Vielleicht hast du ja Glück und die haben hier nicht reinforced, Tommy Ja Mach mal hier auf Mach da auf Mach da auf Hast du da eigentlich Bist du da so ein Teufelsentchen dran an deinem Auto? Ja Ok, Tommy Jetzt kannst du den Skrill zeigen Wow 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 Wenn nicht, einfach schon mal rein Ja, ich Ja, ich Ja, rechts Ja, rechts Ja, rechts Die war oben Die war oben Die war noch oben Sooo Ich hab sie links von mir laufen, aber ich war mir nie sicher ob von unten oder von oben Gut gemacht, Tommy Ja, nice round, ne? Haha, gut gemacht War auf jeden Fall sehenswert an der Stelle Entschuldigung nochmal, was zuf Wurde was zuf Alter, zum Glück wurden wir nicht gecarried Nein Auf jeden Fall Nein Gute Gute Gute